Steinschlag. Eine riesige Gefahr am Berg, zu jeder Jahreszeit und es kann stets unvorhergesehen binnen Sekunden Leben auslöschen. Steinschlag zu kennen und zu erkennen, darum geht es heute im Grundlagenkurs Nummer 4, Steinschlag. Zuallererst müssen wir auf Spurensuche gehen. Wie kommt es überhaupt zu Steinschlag? Grundsätzlich kann man Steinschlag in Menschen gemacht und natürlich unterteilen. Beschäftigen wir uns zuerst mit der Natur. Das Gestein wird in großen Teilen der Alpen maßgeblich vom sogenannten Permafrost zusammengehalten. Wie ein zeher Lehm hält er gigantische Felsmassen zusammen. Wenn es zu warm ist, wie es in den letzten Jahren immer öfter der Fall war, schmilzt der Permafrost und häusergroße Felsblöcke können den Berg hinabstürzen. Das Ablösen dieser Massen ist spontan und es ist nur sehr, sehr schwer vorherzusehen und zu messen. Die Jahreszeiten sind auch nochmal ein natürlicher Faktor, der Steinschlag auslösen kann. Wenn im Frühjahr die Schneemassen schmelzen zum Beispiel, kann dieses Abschmelzen das Lösen von Geröll und Steinen begünstigen. Dieser Schotter wurde am Winterbeginn durch Schneemassen bewegt, stoppte über den Winter durch die dicke Schneedecke und beim Auftauen bringt der geringe Widerstand das Gestein zum Rollen. Außerdem bringt der Winter eine weitere Gefahr mit sich und das ist das Gefrieren des Wassers und der Schneemassen. Wasser wird zwar immer dichter, aber im Volumen auch immer größer, wenn es gefriert. Das hat zur Folge, dass die Mikrorisse im Fels erst mit Wasser gefüllt werden und nach dem Gefrieren Felsblöcke aus dem Berg sprengen können. Doch gibt es leider auch Steinschlag, der mit der Natur nicht in Verbindung gebracht werden kann, sondern schlichtweg vom Menschen ausgelöst wird. Das ist ebenfalls ein problematischer Faktor, denn meist betrifft der Steinschlag nicht den gleichen Menschen, der ihn ausgelöst hat. Doch auch hier kurz sollten wir darüber reden, wie es dazu kommt. Beim Überqueren von Geröllfeldern kann es gerade, wenn man ausrutscht oder wegrutscht, schnell dazu kommen, dass einzelne Steine sich aus dem eigentlich kompakten Konglomerat an Steinen lösen. Ein gelöster Stein kann gerade in steilen Geröllfeldern verheerende Auswirkungen haben. Schließlich kann es zum Schneeball-Effekt kommen und dann wird es richtig gefährlich. Seltener, aber doch auch möglich ist, dass Steinschlag durch das Klettern im Fels entsteht. Gerade in brüchigem Gelände bei selten begangenen Routen ist das Ausbrechen von Griffen und Tritten eine beachtenswerte Gefahr. Nicht nur für den Sicherer weiter unten, sondern auch für die Seilschaften oder Gruppen, die noch deutlich weiter unten in der Route oder am Berg sind. 100% ausschließen kann man Steinschlag leider nie. Doch um die Wahrscheinlichkeit, so gut es geht zu minimieren, ist Vorbereitung und Achtsamkeit gefragt. Es gilt vor allem, Prävention in den Vordergrund zu stellen. Man sollte außerdem auch immer den Gedanken mit sich tragen, dass weiter unten jemand sein kann, den man vielleicht nicht sieht oder der in wenigen Sekunden noch nachkommt, für den Steinschlag gefährlich werden könnte. Und wenn ein Stein erstmal gelöst ist und am Weg nach unten beschleunigt, lässt sich die Flugbahn oder alle anderen Konsequenzen in keiner Weise beeinflussen. Das Risiko minimieren kann man alleine schon dadurch, dass man sich auf bekannten Bergen stets an die Markierungen hält, darauf achtet, dass man nicht vom Weg abkommt und bei unmarkierten Bergen auf Tritt- und Griffspuren achtet. Das ist meist ein Indiz, dass hier der Fels zumindest schon seit langer Zeit sehr fest und stabil ist. All das hilft dabei, dass dramatische Unfälle vermieden werden können. Jetzt müssen wir noch darüber reden, was zu tun ist, wenn es doch zu Steinschlag kommt. Betrachten wir das Ganze dafür erstmal aus der Perspektive des auslösenden Bergsteigers. Natürlich können im Leben Fehler passieren und wenn man nicht genau schaut, ist ein lockerer Stein schneller am Weg ins Tal, als einem Lieb ist. Doch trotzdem kann man mit einer Kleinigkeit eine mögliche Katastrophe abwenden. Da Steinschlag manchmal relativ leise beginnt, wenn er noch weit weg ist, hilft es, wenn man nach unten schreit, dass ein Stein kommt. Hier ist es für einen Augenblick egal, dass man die Ruhe der Natur stört. Hier kann es um Leben gehen, auch wenn man niemanden sieht. Lieber ruft man einmal zu oft Stein, als einmal zu wenig. Mehr kann man ansonsten in der Regel leider nicht tun, außer die Bewegung des Steins zu beobachten und zu sehen, ob doch noch irgendwo weiter unten Menschen betroffen sein könnten. Damit kommen wir auch schon zur zweiten Kategorie an Bergsteigern, nämlich jenen, die durch den Steinschlag direkt bedroht werden können. Sei es durch menschengemachten Steinschlag oder durch die Naturgewalt, das spielt in diesem Moment keine Rolle. Wenn man von oben springende Steine sieht, weil sie stets vom Untergrund wieder abspringen, ist es unmöglich, eine Flugbahn abzusehen. Wenn man im offenen Gelände dem Steinschlag nun hoffnungslos ausgesetzt ist, hilft es also nichts mehr zu verzweifeln und unkontrolliert wegzulaufen. Da erhöht sich eher noch die Verletzungsgefahr. Wenn die Flucht zu spät ist, hilft nur die Chance auf Minimierung der Verletzungen. Also gilt es, die Angriffsfläche für große Steine zu minimieren, indem man sich bei fliegenden Steinen wie ein Gürteltier zusammenkauert und die Situation aussitzt. Mit etwas Glück springt der Stein an einem vorbei oder über einen hinweg. Dabei sollte ein wichtiges Detail nicht vergessen werden. Im Idealfall sollte der Rücken ins Tal zeigen, mit der einfachen Begründung, dass die Wirbelsäule damit bestmöglich geschützt wird. Bei Steinlawinen, Gerölllawinen und Massen, die über den Boden angerollt kommen, ist diese Strategie aber eher fehl am Platz. Hier hilft es, wenn man so schnell wie möglich, aber auch trotzdem sicher die Gefahrenzone verlässt. Wenn das Gelände gut begehbar ist und es möglich ist zu laufen, dann sollte man das auch tun und aus dem Gefahrenbereich laufen, so schnell es geht. Gerade diese Gerölllawinen sind eine riesige Gefahr, weil wenn man einmal davon erfasst wird, sind schwere Verletzungen. Bis zum Absturz über Klippen und Vorsprünge vorprogrammiert, ohne dass man in irgendeiner Weise noch eingreifen kann. Natürlich habe ich auf ein bekanntes Sicherheits-Gadget nicht vergessen. Den Steinschlaghelm. Der Steinschlaghelm ist bei kleinen Steinen eine echte Lebensversicherung. Je nach Größe des Steins bzw. Fallhöhe funktioniert der Steinschlaghelm weniger wie ein Kissen, das sich zusammenknautscht, sondern mehr wie eine zweite sehr harte Schutzschicht. Sie absorbiert Energie mehrmals, ohne wie ein Fahrradhelm zu zerbrechen. Steinschlaghelme oder auch Kletterhelme genannt, sollten bei jeder Tour immer dabei sein, sofern man sich in felsigem Gelände bewegt. Der gefährlichste Helm ist immer noch der, der zu Hause geblieben ist. Steinschlag vor einer Tour vorhersagen zu wollen, ist gefährlich und unrealistisch. Selbst bei trockenen Bedingungen im Hochsommer sollte bei brüchigem Fels der Steinschlaghelm einfach mitgenommen werden. Ultraleichte Helme kommen heute gerade mal auf 200 Gramm, die sollte man verschmerzen können. Schauen wir uns jetzt noch an, wie man derartige Probleme und Situationen vermeiden kann. Im Prinzip sollte das Erkennen von solchen Situationen schon im Vorhinein stattfinden. Zwei Szenarien sollten hier zu erhöhter Vorsicht führen. Szenario 1 sind steile Geröllfelder mit vor allem kleinen, faustgroßen oder etwas größeren Steinen. Wenn diese Geröllfelder zu steil werden, werden sie bei unkontrollierten Belastungen schnell instabil. Oftmals ist der einzige Grund, warum einer Gerölllawine nicht abgeht, dass noch ein wenig Gewicht fehlt. Wenn solche Felder nicht am Weg direkt, sondern über dem Weg verlaufen, sollte man vor allem auf Bergsteiger, Gämse und Steinböcke achten, die eventuell diesen Gewichtsunterschied auslösen können und weiter oben sind. Ein weiterer Gefahrenfaktor sind hohe steile Felswände. Allein schon deshalb, weil völlig unklar ist, wie das Gelände oberhalb der steilen Felswände aussieht. Ist es ein steiler Wiesenhang, ein Schuttfeld oder einfach blanker Fels? Allein die Tatsache nicht zu wissen, was oben lauert, sollte Grund genug sein, vorsichtig zu sein und eventuell auch den Helm anzulegen. Gerade diese Wände werden oftmals unterschätzt, da sie so harmlos, glatt und übersichtlich ausschauen. Kommen wir zum Fazit. Steinschlag ist unglaublich gefährlich und jedes Jahr beweisen teils tragische Todesfälle die Gefahr dahinter. Das Risiko berücksichtigen und sich entsprechend darauf einstellen, ist essentiell, um sichere Touren gehen zu können. Wenn man schon bei dem Zustieg ein schlechtes Gefühl bezüglich der Gegebenheiten, der Witterung oder schlichtweg der eigenen Ausrüstung haben sollte, dann sollte man vielleicht gut überlegen, ob man solche Touren dann letztlich auch fortsetzen will. Trotz allem wünschen wir euch natürlich, egal zu welcher Jahreszeit, wunderschöne Touren, am besten ohne Steinschlag. Wenn euch der Kurs dieses Mal geholfen hat, dann würden wir uns freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und den Kanal abonniert. Bis zum nächsten Mal wünschen wir, wie immer, eine schöne Zeit und bergheil.